Hallo Fans und Freunde der Vienna, schön dass ihr wieder mit dabei seid beim zweiten Teil unseres Fußball-Jahresrückblicks 2018 aus der Sicht von Come on Vienna. Also meine Lieben, erinnern wir uns gemeinsam. Wo bin ich stehen geblieben? Ach ja, wir haben alle Matches im Frühjahr gewonnen, bis auf das letzte gegen Süßenbronn, aber da ging es nur mehr um die Ärmel vom Gelee. Danach war Sommerpause, da gab es dann das Weitrogs-Wirdos-Kleinfeldturnier oben auf der Hohen Warte. Bei der Vienna hat sich im Sommer auch so einiges getan. Es kam ein neuer Trainer, Peter Linker, überhaupt hat sich im Trainerstab einiges verändert. Einige arrivierte Spieler sind gegangen und junge Spieler sind aus dem Nachwuchs in die Kampfmannschaft hochgezogen worden. Und ja, zwei Chilenen haben bei unserer Vienna zu spielen begonnen. Auch bei Come on Vienna hat sich so einiges getan und zwar gibt es Come on Vienna Spezial. Da möchte ich euch gerne zeigen, was sich so hinter den Kulissen tut oder welche Projekte ich so vorhabe, wie zum Beispiel das Vienna-Fanfotobuch. Aber es soll auch eine Plattform für euch bilden. Das heißt, wenn ihr Projekte habt und die bewerben wollt, wenn ihr dafür noch Leute sucht oder einfach Unterstützung braucht, dann könnt ihr euch bei mir melden und es hier auf Come on Vienna präsentieren. Wie eine visuelle Infoplattform. In der Sommerpause gab es dann Testspiele. Die waren recht informativ und auch durch das angenehme Wetter auch relativ gut besucht. Dann zum Geburtstag unserer Vienna am 22. August. Da gab es ein ganz besonderes Fangespräch mit Hans Butzek, einer der wenigen noch lebenden Spieler der Kampfmannschaft beim Meistertitel 1955. Endlich Saisonstart in der 5. Liga in der 2. Landesliga Wien gegen Siemens Großfeld. Ein schweres Spiel, ein hart geführtes Spiel. Aber unsere Burschen waren erfolgreich und brachten drei Punkte nach Hause. Auch möchte ich gerne die Damenmatches zeigen, die sich gut in der neuen Liga präsentieren und hoffentlich auch noch weiterhin gut von den Vienna Fans unterstützt werden. Dann kam es zu einer neuen Rubrik hier auf KammernWNA. Unterwegs im Abseits. Danke dir, Krimi, für deine wertvollen Informationen rund um die Städten der Auswärtsmatches. Die Auswärtsspiele, die waren leider gerade weniger erfolgreich als erhofft. Auch kam es nicht zu dem Durchmarsch durch die 5. Liga. Dann kam es auch noch zu dem Batzer beim Heimspiel gegen den Simmeringer SC, wo wir trotz Sieg drei Punkte abgeben mussten. Das kostete uns später auch noch die Tabellenführung, ausgerechnet gegen die Simmeringer. So beendete unsere Vienna die Hinrunde in der 5. Liga am zweiten Tabellenplatz. Leider ist am 1. November unser Bertl, einer der längstjährigsten Vienna Fans, verstorben. Eine weitere Neuerung auf KammernWNA ist das sonntägliche Plauderstündchen. Ein unregelmäßiger Vlog, bei dem ich meine Meinung zu aktuellen Themen sage, wo ich aber auch eure Kommentare kommentiere und wo ihr auch zu Wort kommt. Und, schau, schau, die Vereinsführung sucht den Kontakt zum Vienna-Volk und bat zum Informationsabend. Leider waren da hauptsächlich Zusprecher der derzeitigen Vereinsführung. Fangruppen oder kritische Stimmen sind leider der Veranstaltung ferngeblieben. Auch wurden meiner Ansicht nach wichtige Themen wie zum Beispiel Fangkommunikation, Nachwuchsentwicklung und Damenmannschaften nicht besprochen. Aber es gibt Hoffnung. Das, meine Lieben, war das Fußballjahr 2018 aus der Sicht von KammernWNA. Es gab viele Veränderungen, leider nicht immer positive. Wenn ich so mit ehemaligen Spielern und Trainern rede, dann zeichnen die nicht unbedingt ein sehr positives Bild unserer derzeitigen Vereinsführung. Es soll zu persönlichen Empfindlichkeiten der Geschäftsführung gekommen sein, wodurch der eine oder andere gehen musste. Wenn das wahr ist, dass Empfindlichkeiten oder aber auch Nepotismus über die Vereinsinteressen gestellt werden, dann finde ich das äußerst bedenklich. Auch vermisse ich nach wie vor eine Verbindung zwischen der Vereinsführung und den Fans. Marketing-technisch gäbe es noch einigen Aufholbedarf. Genau jetzt wäre die richtige Zeit, mit mehr Transparenz wertvolle Informationen nach außen zu tragen. Zum Beispiel Spieler zu Helden zu machen und den unermüdlichen Kampf um den Aufstieg zu dokumentieren. Mit humoristischen Alltagsgeschichten auch das Leben abseits der Matches zu zeigen. Auch wenn der Aufstieg nicht gelingen sollte, so würde so das Bemühen gezeigt werden. Auch sollte der Verein beginnen, nach Fürsprechern im kommunalen Bereich zu suchen. Natürlich Personen, die zur Philosophie des Vereins passen. Aber ohne Unterstützung, auch auf politischer Ebene, geht es nicht. Wenn man nach Neuenbach schaut, sieht man, was gute Kommunikation bewirkt, auch für einen kleinen Fußballklub. Liebe Vienna-Fans, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches neues Jahr 2019. Mein Weihnachtswunsch ist der Meistertitel und damit der Aufstieg in die Wiener Liga. Ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich am Fußballplatz, auch schon bei den Testspielen Mitte Jänner. Unterstützen wir weiterhin aktiv unsere Mannschaften. Also, alles Liebe uns. Kammern Vienna. Ich hoffe, wir sehen uns.